Nach so vielen Jahren Currywurst, wie ist es da jetzt, endlich eine Weißwurst wieder vor der Nase zu haben? Ja, so darf man es nicht sehen. Ich war ja oft im Allgäu, wenn wir in den Ferien waren. Und da habe ich schon das eine oder das andere Mal eine Weißwurst von meiner Oma bekommen. Schmeckt dir? Ja, sehr gut. Bin ich eigentlich dran gewöhnt. Richtiger Münchner. Was schätzt du an dieser Stadt? Ja, wir waren ja ab und zu mit der Nationalmannschaft hier oder wenn ich mal beim Müller Wohlfahrt war. Ich glaube, die Stadt hat eine enorme Lebensqualität. Und ja, gerade bei so einem Wetter dann auch ist es, glaube ich, ganz schön. Ich fühle mich sehr, sehr, sehr wohl und muss natürlich noch einiges kennenlernen. Aber ich denke, das ergibt sich mit der Zeit.